Dann bitte ich, sich einzureiten. Und wir kommen zur Prüfung Nummer 8. Das ist die kombinierte Prüfung eines Spenner Pferdeserie 2. Und hier wurde gefahren um den Preis der Firma Schokus, Zimmerei und Dachdeckerei aus Neukirchen. Und hier gewinnt mit der gestorben Nummer 23 ein Zeitküller aus Neukirchen mit einer totalen Punktzahl von 108,02. Auf dem zweiten Platz, Akku Zeiti.